hätte mich auch gewundert wenn sie uns nur zwei billige zombies in den weg gestellt hätten also so richtig billow alter jetzt da können wir da und wir sind wieder oben das ist kein fall schaden gibt hier ich sollte aufhören zu versuchen pfeile zu verschießen denn ich will das ding hier ja behalten okay da geht es nicht durch aber möglicherweise hier irgendwie geht es weiter doch okay passt da fände das versteckt der kreatur ja gerade nicht naja gut vielleicht doch weil ich keine andere wahl die 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 hinten fisch oder so das wird wieder heiter ich hoffe dass der boss genauso gut ist wie im letzten dlc der war echt cool gemacht oder im vorletzten besser gesagt in flames of nether oder was das war der war nice okay jetzt ist es offen dann gehen wir erst mal da hoch und welchen alles weg mach keine hier bitte schade eigentlich naja flupp die nicht so giftig werden beschissenen vor langs okay das mit dem gift ist echt vorsichtig zu genießen hier sehr schön dass ihr so aufpufft aber das brauche ich gerade nicht wirklich gott er ist alles voll mit denen die sehen aber echt süß aus wenn ihre augen einfach nur ein schwarzer block sind blub 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 okay alter nee na komm her ich hoffe das lohnt sich was ich hier tue ich hab keine ahnung ja gut die kriegen auch damage davon alter just try it macht ihr nur erzeugt eine sphäre aus sauerstoffreichem wasser okay es ist doch noch wasser drin aber es ist sauerstoffreich das ist doch schön ja okay alles klar weiter geht es tut mir leid ich mag ja kugelfische aber die nerven ein bisschen wow sind wir bald da fling ja vorsichtig mini fischies wow das kann es nicht gewesen sein oder super hat sich total gelohnt dafür muss ich jetzt den ganzen weg wieder zurück ohne damage zu bekommen was eigentlich un-possible ist ah ja vor allem sieht man die dinge auch erst bevor sie aufpuffen ganz kurz vorher ja sag ich ja flopp 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 was geil ist wenn sie leer sind dann was tut ah ja okay uff ah ah ja stimmt da war was da muss ich aufpassen go und raus nix wie raus und auch zum bösschen wahrscheinlich also richtig gelohnt hat sich dieser abstecher jetzt tatsächlich nicht andere seite solange ich atmen kann macht es vielleicht den kampf leichter wer weiß wer weiß okay hier geht es schon mal so nicht weiter was war das war das noch ein gegner aber dazu kommt er nicht mal ist auch wieder schade verrecken sie sofort also geht doch guck mal erstmal was hier geiles drin ist nix geiles uehh das dungeon geht bis jetzt verdammt lang kapuf okay komm da ran und weiter zack 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 everybody dead ah noch nicht ganz okay dead dead open ups sorry Tentenfisch du warst relativ freundlich gesonnen es tut mir leid ne nein wotter fuck was der da ich bin da oben gespawnt na gut das hat sich doch schon mal gelohnt halbwegs momm Wow, was tut denn? Für ein Bub. Okay. Something is going on. Er ist weg. Okay. Au. Au. Hallo. Don't. Just don't. Okay, hier kriegt er mich nicht. Die Frage ist, kommt er irgendwann zurück? Ja, okay. Cool. Sollte vielleicht nicht in der Gülle stehen bleiben. Ja, wer, 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 wer. Wow. Ja, mach du nur. Komm her. Was für ein Tester? Dead. Okay, komm her. Uah. Maybe I'm safe here, but I don't know. Ja doch. Okay, komm. Komm, eb. Da kommt er wieder. Wo will er jetzt hin? Okay, vielleicht bin ich dann hier auch nochmal safe. Das wäre schön. Ja, alles klar. Komm, Heilung. Please. Awesome. Leicht an. Na, fertig. Mit deinem Scheiß. Und er ist tot. Das heißt, Minen. Nope. Okay. Da hat's ihn zerlegt. Hervorragend. Puh. Nice. Wenn der Einfluss des Splitters fortgewaschen wird, kehrt wieder Friede ein in die Weiten des Ozeans. So muss das. The fuck? Ja, ja. Äh, ja, Paldoron. Das soll's geben. Hi. Gute Übersetzung, gell? Sehr schön, Paldoron. Ich hab mich gefreut, ja. Oh, sagst du so. Gut, jetzt suchen wir uns natürlich erstmal das Teil, was wir brauchen. Dann müssen wir jetzt die Augen aufhalten, wo es bitte das Auge gibt. Und das ist auch das Einzige, was wir machen. Ah, hab ich doch gesagt, dass ich das mache. Die Pilze. Ähm. Irgendwo gibt's auf jeden Fall das Auge. Ich hoffe, dass wir das ohne weiteres finden. Jetzt werden's mir langsam ein paar zu viele Gegner. Wir müssen die Augen aufhalten, wo wir hingehen müssen, um den Scheiß zu finden. Okay. Deswegen lasse ich jetzt hier auch wieder, wie eigentlich fast immer, die Map auf. Look at me go. Das wird nämlich nicht als Mission Objective angezeigt. Dementsprechend. Gucken wir mal. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Ha. Das scheint ein neuer Bereich zu sein. Aber schur bin ich mir hier nicht. Wir werden sehen. Kann natürlich auch sein, dass es generell zu dieser Map gehört. Ähm. Ah ja. Hallo. Ah ja, okay. Äh. Puh. Alrighty then. Hier geht's nicht weiter. Die jetzt gerade verbrüht. Ja, das klingt doch schon mal richtig. Enderman. Sagt uns auf jeden Fall, wir sind auf dem richtigen Weg wahrscheinlich. Du-du-du-düm. Was? Wo? Wo hat's du-du-du-düm gemacht? Ah, da. Und da geht's rein. Okay. Okay, das Ding ist jetzt natürlich langsamer daran. Dann muss ich mich erstmal gewöhnen. Höh. Uäh. Wow. So viele Creep-Ores. Meinst du, da kann man runterfallen? Oder warum ist dieses Schild da? Nobody knows. Höh. Aber das sieht richtig aus. Hier war ich nämlich im Leben noch nicht. Definitiv. Ja, das sieht, das sieht aus, als wäre es komplett neu. Knapp. Komm schon, ihr Creep-Bitches. Jetzt ist gut. Oder spawnen die immer wieder, wer weiß. Ne? Okay. Take it. Bringt uns zwar nichts. Aber ey. Was soll's. Go. Okay. Gefühlt würde ich sagen, es sieht richtig aus. Praktisch, I don't even know. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017